Mein Gast heute hat lange für die Wirtschaftskammer in Südkorea gearbeitet, auch in Pyongyang, wo also diese Spiele dann stattfinden und auch dort studiert. Er kennt das Land und auch die konfliktreichen Beziehungen zu Nordkorea wie kaum ein anderer. Schönen guten Abend, Matthias Grabner. Guten Abend. Diese Annäherungsversuche, die überraschen jetzt natürlich ganz viele. Sie auch? Ja, es ist ja vor kurzem angekündigt worden. Jedoch überrascht es mich, dass es in diesem Ausmaß jetzt passieren wird anscheinend, dass es über die Bühne gehen wird. Glauben Sie, das ist nur ein kurzes Aufflackern oder gibt es Hoffnung auf mehr? Das kann ich nicht sagen. Also ich hoffe und ich freue mich vor allem für die koreanischen Winterspiele, die nächstes Monat eröffnet werden. Und bin mir sicher, dass es eine tolle Veranstaltung wird. So gut die ganze Welt sieht in diesem Kim Jong-un einen verrückten bis gefährlichen Diktator, der also da regelmäßig mit der Atombombe droht. Und mit dem man nicht reden kann, geschweige über Frieden oder Versöhnung oder sowas verhandeln sollte. Die Südkoreaner sehen dir das ganz anders, entspannter? Entspannter in Südkorea ist vor allem die Berichterstattung über Nordkorea. Die Koreaner haben über viele Jahre hinweg gelernt, mit dieser Situation zu leben. Bereits schon vor Kim Jong-un mit seinem Vater und seinem Großvater. Und ich selbst habe ja acht Jahre lang in Südkorea gelebt und habe die Situation so erlebt, dass die Wahrnehmung von Nordkorea die gleiche ist, wie wir hier in Österreich haben. Es ist eine Schlagzeile, die aber den Alltag und den Südkorea nicht extrem beeinflusst. Aber wenn Sie sich dagegen drohen, also Donald Trump in die eine Richtung und wie verfolgen das die Südkoreaner im Kaffeehaus? Ist das ein großes Thema? Viele meiner Freunde und Bekannten haben erst richtig über die Situation nachdenken begonnen, als Donald Trump seine vielen Drohungen geäußert hat. Also das bereitet schon einigen Kopfzerbrechen, aber im Grunde gehen die damit viel lockerer um als wir. Aber das kommt schon um, als er nur ein Spielchen spielt, ein Machtspielchen spielt, um auf der internationalen Bühne den großen Versöhner darzustellen. Und dem Südkorea eigentlich wurscht ist. Die Sorge gibt es also nicht. Darüber rätseln Experten weltweit und ich glaube, keiner hat die Antwort dafür. Es bleibt sicher abzuwarten. Viele Beobachter meinen, dass Nordkorea jetzt da nur so einen Keil reintreiben will, zwischen Südkorea und die USA. Für Donald Trump kommt das jedenfalls alles ganz ungelegen, was da gerade passiert, nur mit seinem Kriegsrhetorik. Wie ist da die Einschätzung? Ich finde es eine sehr schöne Message, dass sich Nordkorea dazu entschlossen hat, diese Olympischen Spiele zu unterstützen in Südkorea, die ja im Osten Koreas stattfinden werden, in der Provinz Kangwon-do. Man muss wissen, die Provinz Kangwon-do ist eigentlich die große geteilte Provinz, also das große geteilte Bundesland in Korea auf der koreanischen Halbinsel. Die Hälfte davon ist in Nordkorea, die Hälfte in Südkorea, dort, wo die Olympiade stattfindet. Und alle Südkoreaner kennen auch die Güngang-Sandberge in Nordkorea, die in dieser Provinz liegen und wissen, dass das noch viel schöner ist dort. Und haben sich alle insgeheim gehofft, dass es hier eine Chance gibt, etwas gemeinsam zu unternehmen und sich der Welt zu präsentieren. Das ist eine für Korea sehr extrem wichtige Veranstaltung und sie freuen sich alle, die internationale Community und Unternehmen aus aller Welt dort unten auch einzuladen und eine schöne Olympiade zu verbringen. Aber ist es nur den Olympischen Spielen geschuldet oder hat es auch damit zu tun, dass die Präsidentin, die jetzt in der Zwischengeschichte ist, hat ja diesen Konflikt ziemlich angeheizt. Der neue Präsident, ein Linksliberaler, hat immer schon einen sehr großen Fokus gelegt auf Nordkorea, hat den Dialog gesucht, die Versöhnung gesucht. Ist er da die treibende Kraft oder was ist das, was jetzt da plötzlich passiert? Das kann ich natürlich nicht sagen, obwohl ich natürlich beobachtet habe, dass es seit letztem Jahr, seitdem ich Südkorea verlassen habe, dort einige Entwicklungen gegeben hat unter dem neuen Präsidenten. Also den man einen Boost verliehen hat sozusagen. Richtig, genau. Es gibt, wir haben es im Beitrag auch gehört, diese Familienzusammenführung. Das ist nicht zum ersten Mal, es sind ganz viele Familien in Südkorea getrennt von Familienmitgliedern in Nordkorea und natürlich umgekehrt logischerweise. Wie wichtig ist das? Was für eine Symbolkraft hat das auch? Die Südkoreaner betrachten Nordkorea als entfernte Cousins. Es gibt kaum eine Familie, die nicht Verwandte hat in Nordkorea. Obwohl viele, die sich an diese Verwandten erinnern können, gibt es nicht mehr und es gibt immer weniger. Also es ist schon sehr viele Jahre her und von daher ist dieses weitere Treffen, es hat ja schon viele gegeben, ein wichtiges Symbol, das jetzt noch zu machen. Ist eigentlich bei den Südkoreanern auch eine Wiedervereinigung ein Thema? Wäre das wichtig? Es spielt im Alltag vieler Südkoreaner, vor allem von jungen Südkoreanern, eigentlich keine Rolle. Viele machen sich natürlich auch Sorgen über die möglichen wirtschaftlichen Folgen einer Wiedervereinigung. Wenn man zum Beispiel das Beispiel Norddeutschland, Ostdeutschland anschaut, aber das ist für viele Südkoreaner einfach im Alltag ein entferntes Thema. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Studio. Dankeschön. Vielen Dank. Mit dem Bummelzug der Regionalbahn also hat die neue Außenministerin Karin Kneißl heute ihre erste Auslandseite.